ich möchte so Herzlich Willkommen zu einer Runde Counter-Strike Global Offense ein schönes Ranking auf den neuen Karten im Ferne und die haben wir noch nicht gespielt der erste von uns tot ja sehr schön Bananen ist voll breit was?! Heddy ist von deren direkter Kill wenn du keinen Helm trägst musst du echt aufpassen Tunnel noch da ich bin so scheiße mit dieser Glocke ich hasse diese Waffe auch aber das dafür reicht kommt man jetzt hier noch hoch ich glaube nicht dieser Skill war richtig guter wie sieht das jetzt hier drinnen aus? was ist denn hier los? also das ist zu das war jetzt super Digger ich hab nen Kill gemacht ich werde gleich von hier genutzt von links oh oh shit ich hab mir zwei Hits gegeben er gibt mir einen scheiße ich hab was ist ha wow Respekt ich hab zwei Kills mit ner Glocke hab ich ein Kill das ist Respekt bei mir weil ich kann diese Waffe null Pause ach komm immer diese Pausen immer diese Pausen ja wir sehen uns gleich manche stellen weiter viel viel weiter und ich hasse diese Türen die so halb geöffnet sind ich denke da kann man rein welcher dieser grüne Hund der steht einfach im Weg genau der was blockiert der mich? ja jung oh ja da ist einer mit ner MP7 ja das super alter diese anderen MP die irgendwie er hat sich einfach alle weg holt jetzt kommt gelb er blau er kommt mit seiner Diegel digga jetzt kommt der Diegel oh god oh da hast du jetzt nen Tunnel hast du so nen der war schon immer da ja nicht so extrem natürlich eifern du musst dich immer ducken wenn du durch gehst ja das muss er jetzt immer noch nein er muss sich ducken wenn er durchgehen will ok probier's gleich aus du wirst sehen du musst dich ducken ja hab ich aber er kann gewinnen das sind nämlich kill ihn doch jetzt ist es eins gegen eins ja gut dann nicht er hätte gewinnen können hätte er den weggemacht kann man noch nichts kaufen was ist denn das doch komm ich hab kein Geld mehr an die kaufen also einer wir haben einen Bot ich kauf jetzt scheißiger scheiße wieso haben wir nen scheiß Bot ein Bot ist hier wirklich keine Hilfe in diesem Game jetzt steht der Bot auch noch im Weg ey weil der zu gut gehen will wo ist der Tunnel? hier ist der Tunnel wow ich hab schon mal 30 Leben verloren ah ja dann geh sterben und geh einfach dem Bot nö 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 ich hab ne scheiß AK Banane Steps Banane zwei Mann oh ja gg ja und der Bot hat natürlich keine Waffe der hat keine Waffe einer hat noch 10 10 Leben aber das ist jetzt mit ner Glock trotzdem nicht easy für mich vor allem die haben alle Waffen die Gegner ja natürlich haben die alle Waffen glaubst du laufen da bei Bessern rum? ja dann hätte ich jetzt grad Double Kill gemacht ja komm Alter wir wissen eh dass die da sind meine AK haben sie auch aufgehoben was? ich hab ihn doch kein Problem it's Glock Time ja die war sehr ne Teamkill na wenn ist ne Teamkill das ist in Ordnung so jetzt können wir endlich kaufen nein wir haben immer noch ein Bot ja und? aber ich kann mir kaufen ich versuch Scout Alter ich versuch Scout scheiß drauf Scouten Scout wird regeln man Awe man Awe jung woher hast du die Money? ja ich hab 3 Runden Schwarz Junge ey was machst du denn wieso besteht ey dieser kack Bot ne jetzt ist der Spieler zurück toll jetzt ist unser Bot tot nice der A pass Banane auf pass auf Banane auf die pushen das sind 2 Mann ja einen hab ich angehittet ja er assist bekommen nice die A hört sich auch so scheiße an Alter wir haben fast jeden Waffensound geändert man pass auf das ja 2 Mann 2 guys Banane wo ich die gemuted hab hören die ja hoffentlich was wir sagen so also das heißt einer kann nur A sein ich bleib hier nah und naja pass auf das waren 2 Mann einer kam vor einer stand noch hinten aber die sind wahrscheinlich sind die nicht weiter gegangen ich schwarz sie einfach komm ich nehm die MP7 lieber scheiß auf die Scout ja ich komm jetzt zu euch ja ist nur noch einer er ist schon da er ist schon da er ist schon ey man warum blockt der Hund mich nice block green really nice ey ich will weg springen ich spring gegen die Tür sowohl der ist äh leh ja da geh nicht ab da muss er gleich rauskommen ey bis nice 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 ey ich bin wegen den grünen verreckt weil ich wollte hier um die Kiste springen der stand aber bei der Kiste und ich komm nicht rum und dann bin ich natürlich verreckt egal ja aber warum stellt er sich direkt äh ne abscheuert es äh immer die gleiche Scheiße hier kann jemand mit einer ordentliche Pistol hier rumwerfen ich hasse Glocke oh halt ich vergieße A wenn man du hast du dieses boom im Kopf oder Kopfbogen ja oh Gott nimm mal bitte die Bombe eben ich will Bananen die nicht mitnehmen und blowstab der ist mal schön ah das sind einer okay two guys be on spot also zwei sind b von den Steps ganz klar gehört oh Gott ist das hier breit Jogi oh da war er da war sein Kopf Jungen die ganzen Wege sind deutlich breiter geworden naja Boah Jungen hör doch auf zu flashen wenn ich rumgehe äh Molotow Scheiße also äh B zwei Mann wir hauen ab das ist zu viel dann decke ich jetzt den Rückweg ne hä du hast die Bombe du musst jetzt kommen jetzt kommen ok oh man oh scheiße on spot direkt on spot äh äh the last guys war zombie ok der blaue hat sich direkt oben gedreht mal sehen einer ist city spawn der kommt jetzt schon ist wahrscheinlich schon durch nice Junge zum Glück hast du dir ne Aave gekauft und drei Runden dann gespart mhm zum Glück kann grün nicht mit nahe K spielen nein nein bleibt da bleibt da bleibt da bleibt da Digga der ist da nicht der ist in city spawn jetzt hat der andere sich auch noch ne Aave genommen und ist direkt im Nahkampf lauf 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 er wird nicht mit er wird nicht defusion ja nimm den Laufweg ok davon da ist ne Scheibe vor ne du musst die erste Scheibe kaputt ok die Scheibe war schon kaputt das muss ich doch ne hab ich ja egal da gibt's kriechen ja geht nicht so langsam geht's was wird hier los du hast Ritter Crash ich geh dein Name ist immer noch so verwirrend Junge ich spiel gar nicht mal so scheiße nur ich seh die Gegner nie und dann sterbe ich halt weil die hinter irgendeiner Ecke sitzen das ist das große Problem fahr mir echt ob ich auf diesen Balkon damit kann diese Flash schon wieder vom grünen ey den grünen den hasse ich jetzt schon total ey es ist ein Witz ey gib mir nen Heddy 1 Apartment 1 Apartment 20 HP ungefähr ich weiß ja nicht genau wie viel Schein ich den gemacht hab du bist links ne ich bin tot oh Banane wieder 2 hinter hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir ey du hattest so ein Schwein nein fuck das war scheiße egal aber du wärst grade schon tot hätte er dich nicht neifen wollen hätte er dich nicht neifen wollen wärst du tot aber nur Disrespect das darf man im Ranked nicht machen das ist dumm boah dicker jetzt jetzt kommt er von links jetzt kommt er von links er hatte 2 oh das ist nicht klar Mann ich spiel momentan echt scheiße aber kack ist du bist nicht eingerankt ich weiß nicht gegen was wir hier spielen mhm also manche von denen kommen hier gut vor manche kommen hier richtig schlecht vor der grüne zum Beispiel ist Müll er kann mit ner AK nicht umgehen und er tötet den ja der grüne ist aber erster er ist scheiße er kann nicht erster sein Junge der aimt mit ner AK in den Himmel ich hab nicht mal Money für ne scheiß Waffe ey das ist noch viel schlimmer ich bin jede Runde gestorben boah man keine Ahnung ich häng hier gerade irgendwo ich will hier hoch auf den Balkon ja man kommt noch hoch ja es klappt weg alter ja hat er nicht gerechnet ich bin komm komm mal schöne Flash vom Nila nennen da war der nächste Kill da ist der nächste Kill ja der ist schon tot der da in der Mitte war ich hab so angst hier ne on spot A diese ganzen Kisten man hat keinen Überblick da bist du jetzt A drauf ja ne jaja du kannst planten hier ist keiner aber die Ecke haben sie richtig hä von wo weiß nicht keine Ahnung mit ner Diegel wurdest du da in der Ecke das meine ich ich kenn halt die Ecken nicht hast du gesehen wo ich hingeschossen hab da ja sorry ich der Ecke der trägt dunkle Kleidung der ist schon tot ich glaub der ist schon tot da liegt ne Leiche ja den hab ich überhaupt nicht gesehen in dieser dunklen Ecke Alter ich wollte gerade planten Alter ich hab den doch nicht mehr weißt du du skippst so um ich guck ich seh nichts ich seh nichts ich hab nur den da hinten gesehen aber der konnte das ja nicht gewesen sein der ist saved ja ja das wäre ziemlich blöd da jetzt reinzulaufen naja ja eigentlich schon die müssen auch ein bisschen Geld über haben eigentlich die Jungs du 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 äh also ich find die Map Leute jetzt ich weiß sie haben die nächste Runde bekommen ja wer die Gegner ja also der eine hatte glaub ich ich bin mir nicht sicher du wurdest von der Diegel weggemacht doch doch ich hab ne M4 aufgehoben von dem allen der andere hatte also die haben halb gekauft die anderen haben noch Waffen von der letzten Runde gehabt da lebten ja drei also die hatten AK M4 eine Aave glaub ich also Waffen hatten sie der ist neu ja der ist neu ich finde die Map deutlich besser ja ich hab die früher gehasst und jetzt die Wege sind schön breit auch Banane kann man mal was machen nicht da Spray irgendeinen Mager mit einer äh hier Negel freien auf der wird jetzt hier vorne nicht stehen weil er Angst hat ne Flash mir ins Gesicht zu werfen rechts pass auf oh Gott sorry sorry oh war der jetzt schon wieder da in der Ecke wenn du jetzt mich siehst hier in der Ecke Mann oh 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 er war right side purple right side to your right side naja wenigstens lila recht hier ich dachte vielleicht kam von rechts der kommt da hoch der kommt da hoch scheiße jetzt hab ich kein Geld mehr egal ich glaub ich ich hab nicht mal richtig Geld für ne Schrotze wie viel hast du ich leg dir ne ich hol mal jetzt ne ich leg dir ne mp7 junge kauf dir ne nein ich hab dir jetzt ne mp7 geholt du kaufst dir jetzt Rüstung ich hätte dir auch ne Schrotze kaufen können aber ich war mir nicht sicher da ja jetzt nehm ich die israeli Waffe alle jetzt kommt die Juden Waffe die Regis die Waffe wow grün und lila stellen sich erstmal in die Ecke egal ich bin hier Junge ich werd von deiner Seite aus beschossen ja das kann sein ach das kann sein aber dort in den Tunnel kannst du Boah alter Leute zurück zurück du kannst im Tunnel stehend rumlaufen nur eine Stelle musst du dich hinknien also am ein Ende muss ich hinknien ich ficken uns hier ganz schön an ich geh wieder in meinem Tunnel da ist mir zu viel los nein der kommt einfach mit in den Tunnel juckt grün nicht guck mal grün schon wieder erschießt nicht mal diese Typen sind behindert die Trollen jetzt rum grün hat mich grad heftig wieder das Leben safen können aber er hat nicht mal geschossen mein Schrotz ist besser alter ich hatte die Appel naja auf die Distanz wäre die Schrotze besser ja mein Appel 7 erfüllt jetzt noch ihren Zweck bei Blau Son Goku wird das jetzt machen Super Saiyan Modus du wirst sehen aber was macht der denn naja gut also das war ja das war jetzt aber ganz schön starkes Place von ihm keine Ahnung ok ich hab keine Money alle ja deswegen schrotte abgesägte abgesägte ich auch lass mal Haus waschen Apartment ja Junge 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 was los was nur 3 Kills muss man besser machen ja ja ich muss eine AWP haben deine 3 Kills waren nur eine AWP ne ja du hast was falsch gemacht in deinem Leben ich geh Balkon ich hoff ich schaffte Apartment sind welche drin ich bin komplett geflasht ich seh schon wieder nicht ich liebe diese Flasht von unserem Team Partner manchmal sind sie genial manchmal sind sie einfach nur dumm ich hab ihn da ist einer ich hab ihn hab ihn du passest auf rechts eventuell da ist nichts also ich hab zwar nicht mal hingeguckt aber ist nichts ich will hier nicht mal raus gucken und jetzt direkt auf A ja das wird jetzt das schwere sein ne Flash pass auf Flash hab ich geworfen ok in der dunklen Ecke ist keiner alles nein da ist wo diesmal hab ich hab ich hab ich hab ich war da wieder in der Ecke? ja aber diesmal in der anderen Ecke ach da drüben was hast du da für eine Waffe? MP7 ach kannst du vergessen buch den jetzt der wird wahrscheinlich B gewesen sein ja der wird safen also wenn sie es nicht 1 gegen 3 mal machen sind sie ganz sicher nicht 1 gegen 4 natürlich ich will zum ersten mal den City spawnen Alter ich glaub das wird hier irgendwo sein hier ist nichts hier ist tote Hose wo ist der jeder such den Alter fang mal auf gleich die Fuse der naja das zeigen wir auch hier sind keine doch hier sind noch Fische drin man kann keine oh oh Junge da schießt mich der Grüne an während ich auf die Fische geschossen hab ich dachte grad der Gegner ist irgendwo bei mir und du schießt auch noch zurück ja ich hab aus Reflex direkt zurück geschossen ich hab auf den Boden geguckt auf die Fische geschossen aber einmal werd ich getroffen natürlich zieh ich nach oben und kipp direkt zurück lass mal wieder das gleich mal gehst du zu gehst du gehst in den Balkon Junge Alter das ist so ein Spasti Alter ja da ich hab wieder diese Flash ich hasse diese Flash dieser Typ regt so auf Apartment Apartment oh ich hab nur noch 17 Leben da ist safe da ist safe die eine Ecke ich mach nur eine Flash Flash raus hab ihn habe ihn Bombe liegt Mitte also die sind wahrscheinlich selbst in der Mitte jetzt die Gegner von nein da ist einer da ist einer einer am Ende ja komm mit der Schrotze wenn er auf der anderen Seite ist ich hab die Awe ich hab die Awe ich hol mir jetzt den anderen ich bin scheiße er hat 50 Leben 50 HP da liegt ne Awe ne da wo deine Brand ist also 50 Leben im Nahkampf ist er direkt tot sieht er mich hier eigentlich ne er ist hinter dir he is by yellow on spot green ok ok er guckt sich lieber die Säule an ok er ist wieder zurückgegangen und grün er hat M4 oder sowas pass auf muss der Schuss muss sitzen oh go die Awe liegt hinten ok aber M4 willst du M4 nein geh mal weg er will M4 ok ich hole mir ne scheiß ne soll ich Negev Autosniper muss sein muss sein Autosniper Noobwaffe für Noobs ist das grad dann erstmal wie der der abgesegten ich meine weißt du wie OPs dieses Junge auf 10 Meter dann hört schon auf mit OP sein dann kommt noch 10 damage raus dann nehmen lieber die andere Schrotze diese Flash und Smoke ne die werfen alles daneben einer ist Apartment einer ist Apartment einer ist Apartment einer ist lang gelaufen das hab ich nur gesehen mehr kann ich dazu nicht sagen aber mehr hab ich nicht gesehen wo man sonst das Leben da 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 wo sind die denn oh da ist einer das hat auf mich geschossen auf Park einer tot zwei tot Autosniper neuer Sound scheiße gute Waffe dafür sag mal du scheiße ja geht's so aber die Waffe ist wo irgendwo ist da eine Awe irgendwo die beste Awe so wo links muss da sein ja da rechts muss da irgendwo sein jedenfalls ist da ein Lauf ja in der Ecke ist da oh Dicco Digga Dicco 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 1989 Dicco 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 kaca ist jetzt nicht wundern ich verkack das nie hä der ist die Appartement gegangen der Wix er hat sich gefickt oh man Scheiße Und du, Alter, warst irgendwo links. Ich dachte an, am Ende des Ganges, anstatt mal On-Spot zu sagen. On-Spot ist nächstes Mal einfach On-Spot. Ja, hätte ich wenigstens nicht da ganz links geguckt. Alter, Junge, Mann. So ein unnötiger Melon-Runde. Er hat ein 1 gegen 3 gewonnen. Fuck. Oh, Step. Ja, please, Step more, Blue. Nice. Man schmeißt den Flash, damit sie gleich wissen, dass wir hier kommen. Ey, anstatt einfach mal sneaky hier lang zu gehen. Ich warte jetzt hier mal drei. Ja, Blau kann vorgehen. Komm, geh, Blau. Beweg dich. Ich bleib schön hinter dir. Komm, B, komm, B. B ist frei. Ich will auch heute einen guten Job gemacht als Lockvogel. Oh Gott, hier kommt man gar nicht mehr hoch. Oh, einer von uns ist raus. Oh, schon wieder der eine. Ah, Mann, und der lebte sogar noch. Nee, der hat nur einen Disconnect. Hatte er doch vorhin schon. Ich hab leider nur sechs Leben. Das ist so ein kleiner Nachteil. Nur noch sechs Leben. Äh, ich dachte, da ist doch... Oh, egal. Der kommt von Connect. Da. Wow, Jungs. Ich hab ne Arme dafür. Ich will aber nicht nur sterben. Ich hab nur sechs Leben. Easy. Wenn er jetzt wieder reinkommen, dann haben wir keinen Bot mehr. Na, wenn er jetzt reinkommt, haben wir gelingen. Glaube ich nur. Sobald die Runde startet, nicht. Mhm. Ich weiß gar nicht. Ist das eigentlich noch ne City-Mobile jetzt? Schon wieder ein Messer war hier, ne? Die neifen sich immer, die Idioten. Oh, jetzt läuft der Bot vor. Verpiss dich in die Base. Ich hab daneben geschossen. Mitte war einer. Oh, lauf nicht vor, du dreckiger Bot. Jetzt läuft er endlich zurück. Gut. Guter Junge. Warum Smoked der Wichser, weil ich ne Arme hab? Junge, was ist denn los? Oh, da kommt schon wieder zwei, Mann. Wir müssen mal fair spielen, die Jungs. Jetzt ist er wieder drin, der Hund. Es ist schon wieder unser Bot weg. Einer ist noch Banane. Junge, schieß doch mal zurück. Was machst du da? Steh doch offener. Jetzt kommt von rechts noch einer. Was? Ja, da kam der Heddy. Jugo, was hast du gemacht? Hast du nicht seinen Kopf gesehen, wie er da rüttelt? Oh, jo, wie ist immer. Wir machen wieder ne Eko so. Also, wir beide kaufen. Die kaufen nichts. Goku macht gar nichts. Doch, er bewegt sich. Er kauft sich auch was. Vielleicht hätten wir die nicht muten sollen. Die haben voll viel geredet. Der Mann, fuck. Oh, Flash. Mitte 1, das Apartment. Und AWO, rechts. Rechts AWP. Pass auf, ne? Apartment, ne? Oh, zu. Ja, ich treffe ne Elfer. Ich kann mit der AK nicht. Das ist gerade euer Ernst. Gott, Alter, ist das mein Ernst. Sie trefft alle dicht. Jetzt aber. Oh, der ist runtergefallen. Ja, toll, dass er den Sprung nicht schafft. Fuck, ey. Junge, junge, junge. Was war das für ne Runde? Ja, gut, halb. Bad halb, Alter. Wir spielen hier irgendwie drei Runden. Vier gegen fünf. Oder drei gegen fünf, weil der... Hast du recht? Ich spiele deine Rüstung. Diegel. It's Diegel time. Diegel. Diegel. Kann das eine Waffe wechseln? Da, da. Diegel, die wird das jetzt regeln. Komm, Junge. Mitte keiner. It's A. All apartment. Yo, ich hab'n Handy geschluckt. Ich hab'n nur noch einen Lebenspunkt. Hat Spaß gemacht. Hat richtig geschmeckt, die Kugel. Richtig saftig nach 99 Schaden hat die geschmeckt. Boah, Junge. War das schlecht von mir. Sie gehen zurück zu Banana. Boah, Junge. Ah, Scheiße. Diese B, ne? Ich sag's sie nur. Bö. Wie Bär. Kannst pushen, du musst jetzt. Guck da rechts. Ah. Oh, ich hab'n defused. Ja, weil er 10 Sekunden braucht. Das schafft er niemals. Boah. You will play on time. You need the pistol. You are fucking stupid. Was? Dieser Grüne ist einfach nur Müll. Er ist immer noch Erster, oder? Nein. Ich kann ja nicht mehr, aber... Ey, das ist Müll. Was, 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 was war das? Der Gegner lebt. Ich zieh' das Messer und defuse einfach. Vielleicht denkt er, ich ergebe mich. Keine Ahnung, ey. Mit was spielt man hier? Ich sag dir, du wirst Silber eingerankt, ne? Wir spielen hier sicher mit Silber 5, Silber 1 Leuten oder sowas. Ist richtig schlimm. Oh, Gott. Oh, heftig ausgeteilt. Oh, heftig ausgeteilt. Einer ist Mitte, Einer ist Mitte, der kommt jetzt hoch. Scheiße. 150 HP. Two guys walls in the meet. Sie sind in Apartment, Apartment. Oh, die Bombe ist unten. Alter, ich schwör. Du bist ein bisschen blind, ne? Der läuft ja unter dir und... Purple ist, ey. Oh. Oh, Gott. Egal. Der spielt genauso wie ich mit meiner Diegel. Einfach nur reinspray. Mit Glück trifft man mal was. Der ist genau so blöd wie ich gewesen. Ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich hab's nicht gesehen. Das hört er sicher nicht. Unter dir. Rechts war er, ich glaub, hinter ihm. So. Tolle Runde. Tolle Runde. Bitte krepier, bitte krepier. Danke sehr. Alter, Mann, das wird ein dreckiger Loose. Ja, ich weiß. Aber nee, hab ich kein Money. Ja, ich hab auch keine. Du hast ja richtig wenig Money. Was kaufst du dir immer? Was kaufen die sich? Das ist so. Jetzt schrotzen time. Die, die, die Zeit. Schrotze, ey. Ich hab jetzt fullboy gemacht. Einmal die Schrotze rausholen. Da, 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 da. Apartment. Die haben den Weg hier deutlich erleichtert, nach oben zu kommen. Siehst du was? Na. Hier ist nichts. Gute Hose. Sag B. Mitte? Keine Ahnung. Hier ist keine Sau. Mitte ist gesmoked. Banner. Boah, war das scheiße von mir. Zumindest hab ich den Kill. Gib mir mal die Akkarte. Oh, da ist einer. Mitte ist noch einer, Junge. Oh. Ja, hab ich ja gesagt. Der Rico. Halt's im Maul. Du hast gesagt, Mitte ist keiner. Ich hab gesagt, Mitte ist eventuell einer. Eventuell einer. Einer. Einer hab ich gekillt aus der Mitte. Dann machen sie das trotzdem falsche Info, obwohl ich sie anders verstanden hab. Oh Gott. Jetzt kommt Grün. Oh, der trifft ja überhaupt nix. Ja, so schießt er schon die ganze Zeit. Es ist richtig AIDS-erregend hier. Mal gucken, was die dazu sagen. Oh, da muss ich sie jetzt mal entmuten. Jetzt hört man ja gar nichts. Das stimmt. Ich bin zu dumm zum entmuten. Ah, die sagen ja gar nichts. Ja, wann die? Nein. Tote Hose, Alter. Tote Hose bei denen. Die wollen nicht mal kommunizieren. Okay. Jetzt, in der Mitte sind Granaten geflogen. Oh, der Mitte ist ein Autosniper. Tja, dann empfinde ich nicht zu gucken. Jetzt reden, Dio. Oh, er labert wieder. Er labert wieder. Oh, your apartment! Schau mich dann. Ah, was? Alter, was war das? Ich hab's jetzt nicht gesehen, aber du hast gerade drei Jahre auf ihn geschossen. Ja. Das hab ich gehört. Oh, mal, Alter. Das ist... Oh, Gott, und die Scheiße. Oh, Digga, diese Trollen, Digga. Ey, das kannst du dir nicht mal angucken, Mann. Der Rambus, Karambus. Ja, halt die Schmonce, Mann. Ja, schießt euch wieder gegen. Hoffentlich werden die gleich gekickt, Alter. Oh, du willst. Nein, nein. Du musst etwa 300 Leben Schaden zufügen. Very nice, Blue. Die sind so schlecht, Alter. You are fucking bad. But it's okay. Why do you shot me, man? And blind. Ja, okay. Ich hab' einen Mütze, die. Ich hab' keinen Bock mehr auf die. Mega, wieso schwirren wir solch deutschen Spangen? Junge, Mann. Ich weiß es nicht. Die sind richtig scheiße, sind die. Gucku muss gekickt werden. Es fakes... Wega, warum fake... Warum zählen die beiden? Ja, weil die eh keine Chance haben. Weil sie kacke sind. Ab... Auf Wiedersehen, Gucku. Also... Auf Wiedersehen, Gucku. Das tut mir leid. Ich doch, die sind Free-Mate. Ich auch. Aber vielleicht... Wolltest du, müssen wir mit dem Nächsten... Mach mal Dragon. Was? Ich auch, Scheiße. Scheiße. Digga. Ich hab... Ich hab voll nicht auf deinen Namen geguckt, Mann. Ich dachte mir so, okay, das ist ja eh. Ja, danke, danke. Die hätten mich jetzt kicken können. Hätte nicht einer von denen Nein gesagt. Ei, Jogi. Ich glaub's einfach nicht. Ja, ich hab Bombe bei mir. Oh, da kommt noch einer. Kommt noch einer. Kommt noch einer. Oh, ich bin tot. Bombe se. Mal sehen, was die Jungs jetzt daraus machen. Schießen sich mal wieder gegenseitig an. Also, wenn es der grün... Ja, mach mal Strom stark. Ich glaube, das ist ja. Oh, Gott. Kannst du's? Was kann ich? Ja, schau da raus. Guck mal, ne? Also... Kann ja mal hier so machen, ne? Ich seh nichts. Ich seh nur Schneeweiß. Guck, die sind Pre-Mates. Ich glaub, das sind Pre-Mates. Also, die schießen sich halt gegenseitig an. Och, Mann, Junge. Ich hab eigentlich keinen Bock, einen Rankin zu verlieren. Ey, da macht man seit einer Woche mal wieder einen Rankin. Und dann... Dann sieht man sowas. Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hab voll Herz und Glück, Alter. Also, ich guck einmal um die Ecke, krieg direkt ein Headdy mit. Und der, der sprayt einfach alles nieder. Das ist damit... Ach, Junge, acht Kills. Du musst mal besser werden. Du musst mal besser werden. Ja, ich bin doch in der Aufwärmphase. Ich dauere ein bisschen. Ja, super. Ah, Junge, Mann. Ich will hier eigentlich gar nicht mehr gucken. Da kommen immer zwei Mann oder so. Ich geh mal woanders hin. Oh, shit. Da kommt ne Granate. Ey, schießt so scheiße. Ach, naja. Der Bot lebt ja noch. Wozu gibt es nen Bot? Bots an die... Oh, oh. Sorry. Die sind A, On-Spot. Also... Joa, A, On-Spot. Einer hat 50 Leben. Oh, ich regle das jetzt. Ich sag dir, jetzt bist du tot. Überhaupt gar kein Problem. Jetzt. Du siehst ihn nicht, oder? Ja. Ich hab... Vielleicht hast du das auch mit den Lichtverhältnissen zu tun. Mit den schlechtsten Licht... Ich... Jetzt kommen die Lichtverhältnisse. Dass er den... ...weißen Kopf nicht im Busch gesehen hat. Ja. Den hättest du sehen müssen, den Typen. Aber ich würde sagen... Ich sag Crash, der ist irgendwie nicht so gut. Ich glaube, den... Ja, der ist nur erster. Das ist voll viel. Ey, Junge, Junge. Kauf dir ne Brille, oder so. Den hättest du sehen müssen, diesen ollen Busch da. Nein. Doch. Diesen Server werden schlechte Verfolgung. Richtig. Erstmal den Server werden. Das ist wie ganz klar im Server. Alles klar, der ja. Die gehen Banane. Wollte ich nur mal so sagen. Die gehen Banane. Tralalala. Ich komm von hinter. Hei... Oh. Oh, ne. Ich dachte, ich hab Team Kill. Ah, du hast... Ne. Ah, Rico wurde vom Team Kill erfasst. Ah. Weil da waren zwei Mann und der eine ist gerade in den anderen reingejumpt, mitten ist, während er geschossen hat. Ich dachte schon, ich hätte den Team Kill gemacht. Comeback. Ja, comeback, Alter. Alles klar. Wer schreibt das? Der erste von denen. Der Riko. Schwerdesten Hacker, Alter. Unwitz. Ja, unbedingt, Alter. So, wir waschen jetzt einfach. Oh Gott, oh Gott. Ja, dieser Riko hat der Hacker, Alter. Unwitz. Oh, ich kann den Bot nicht. Nein, den nehm ich. Oh. Danke. Ich würde sagen, also diesen... Diesen Bot. Der ist echt gut. Hast du dich nicht gehört, Mann? Ja, ein fünfter... Oh Gott, drei Mann. Sorry, Guys, Apartment. All A. On Spot. All A, Mann. Ich habe ihm 15 Schaden zugefügt, ja? Das muss man jetzt mal Schimm bekommen. Ich habe ihm nur seine Schulter angeschossen. Ich wollte, dass er sich hier gibt. Ich schwöre, kicke ihn mal. Digga, die machen Nein. Ach ja? Okay, die machen Nein. Ich kann Ja machen. Das ändert nichts dran. Das ändert nichts dran. Okay. Oh, Junge. Das Spiel ist verloren. Oh, der Wallhack ist real. Ich so. Jetzt ist er tot. Wow. Wow. Das war gut. Also, das waren... Egal. Letzte Runde. Jetzt noch mal alles geben, Jungs. Hier. Und der Scout. Der Scout ist drin. 5-7. E-250 und der per Gate mehr. Alles klar, Jungs. Guter Einkauf. Ich weiß, jeder macht so richtig voll bei. Und dann kommst du so... Dann kommst du den P-250. Ja, lass mir den Bot vorgehen, Alter. Der macht das schon. Mann, du musst jetzt einfach hier waschen. Der Bot ist tot. Er soll noch mal zu... Ich bin so gut, Alter. Ich hab Rico nicht einmal getroffen. Alter. Oh, jetzt kommen unsere zwei Hannes hier. Das sind die Beste. Oh Gott, vielleicht holt ja noch mal der Grüne hier so einen unnormalen... ...Skill Spray hin. Aber Rico lebt. Darum wird das nichts. Tja. Jetzt er wirft doch. Nein, Digga. Grün regelt. Pass auf. Er sprayt jetzt alles nieder. Er hat seine P90 weggelegt. Wir haben verloren. Macht euch check am Sack. Er hat seine P90 weggelegt. Guck Rico rond auf. Hinter ihm. Man kann ja auf die Steps scheißen. Oh, komm, komm. Bitte kick den, bitte kick den, bitte kick den, bitte kick den. Ich hab jetzt kein Bock. was sind wir diesen T-Spot doch komm jetzt tötet den Wexer doch ach Junge so eine unnötige Runde ich hoffe ich steig nicht ab du hast da super ja die ist richtig aus wert 3 Cent richtig wert Wurde ich eingerankt? oh wir haben mit Gold Leuten gespielt ich glaube du bist Gold eingerankt und nicht super und der Eko wurde auch noch nicht eingerankt komischerweise ja der der ist aber auch weiter oben also der konnte gut aimen also gut in meinen Verhältnissen no ich wurde nicht eingerankt Eko ein bis nächstes mal haut rein ciao